Ganz sicher, Matthäus rechnet mit neuer Rückkehr ins DFB-Tor. In der deutschen Nationalmannschaft ist die Debatte um den Torwart neu entfacht. Wer punktet bei der Europameisterschaft im nächsten Sommer? Weltrekordspieler Lothar Matthäus setzt große Hoffnungen an Manuel Neuer. Trapp ersetzte Teerstegen im Spiel gegen Türkei am Samstagabend, 20.45 Uhr, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Berlin ein Testspiel gegen die Türkei. Mag andere Teerstegen musste seine Teilnahme plötzlich absagen. Am Freitag erklärt Nationaltrainer Julian Nagelsmann, dass Teerstegen an einer Rückenverletzung leide und nach Barcelona zurückkehren werde. Kevin Trapp wird für das Spiel gegen die Türkei die Pfosten im DFB-Team übernehmen. Allerdings rechnet Trainer Lothar Matthäus mit einer baldigen Rückkehr von Manuel Neuer. Matthäus, Neuer wird zurückkehren, wenn es keine Verletzung gibt. Ja, in der Tat. Wir haben noch ein oder zwei Wochen Spiele vor uns. Und wenn er sich nicht noch einmal verletzt, wird er im März auf jeden Fall wieder im DFB-Team sein. Wurde der Rekordstürmer vor Beginn des Tests gegen die Türkei am RTL-Mikrofon auf die Möglichkeit einer neuer Rückkehr angesprochen, sagte der repräsentative Spieler. Nagelsmann hat in Absprache mit Neuer entschieden, nicht für die laufende Länderspielperiode nominiert zu werden. Ziel Nationalmannschaft Neuer wollte sich eine Auszeit gönnen, da er von einer Langzeitverletzung zurückkehrt. Das ist mein Ziel, bei einem Länderspiel im März. Natürlich wird er zurückkehren. Er hatte noch vor wenigen Tagen kriegerisch gesagt, er wolle ehrgeizig angreifen, während Nagelsmann auf das Leistungsprinzip setzen werde. Wir hoffen alle, dass er bis zum nächsten Länderspiel sehr konstant spielt und sich dann wieder etwas ändert, sagte der Bundestrainer.